Ich will hier auch ganz klar sagen, wir distanzieren uns von solchen Sachen. Von Doping muss man sich ganz klar distanzieren. Sie haben selber nochmal Bezug genommen, auch auf dieses Gespräch mit dem Heute-Journal damals. Udo Bölz ist als technischer Direktor jetzt zurückgetreten vom Team Gerold Steiner. Warum Sie eigentlich nicht? Warum ziehen Sie nicht die Konsequenz?